Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Noble Horse Champion. Ich hoffe, meine Stimme macht für dieses Video noch mit. Und dann soll es für dieses Jahr das auch gewesen sein. Ihr Lieben, wir haben Weihnachten hinter uns gebracht, somit auch den Adventkalender. Und im Türchen Nummer 24 hatten wir dann tatsächlich einen Mustang drin. Denn die letzte Rasse der Alpha. Und ja, es war wohl nicht so sicher, ob der Mustang noch in der Alpha-Version ins Spiel kommen wird. Aber ja, ist jetzt erstmal die letzte Rasse, die in der Alpha reinkommt. Neuere Rassen kommen dann erst in der Beta, wo ich auch sehr gespannt sein werde, was da so alles kommt. Und werde ich euch dann natürlich wissen lassen und euch dann natürlich auch sagen, wie ich das Ganze finde. Ihr könnt, wie immer, bis zu 10 Mustangs pro Tag importieren. Und ja, das ist die Stute, die ich da halt eben gezogen habe. Eine Deppel Grey Stute. Und die war, glaube ich, gar nicht mal so übel. 162 und 98 und hat Western 476. Damit ist sie nicht die schlechteste. Es gibt aber auch bessere. Die richtig guten liegen halt eben schon weit über 500 in Western. Western ist übrigens, ja, die Disziplin, seht ihr ja hier, die halt eben da als Potenzial am meisten angegeben ist. Fellfarben. Allgemein halt eben ganz normale Farben, die wir halt eben bei den anderen auch haben. Und dann gibt es halt eben Farben, die nur durch die Zucht möglich sind. Wie dieses Gold dann und so weiter. Die ganzen Urhundfarben natürlich wieder. Das sind halt eben dann so die Farben, die wir nur durch Zucht erreichen können. Auch Checkungen haben wir im Game. Leopard finde ich auch total süß. Erinnert mich dann aber so ein bisschen mehr an die Apalusa. Ich weiß nicht so richtig. Okay, das ist eine schöne Tobiano-Zucht. Auch wirklich nur durch die Zucht möglich, das zu erreichen. Splash White 1 haben wir hier halt eben auch. Das fehlt hier ein bisschen. Da fehlen ein bisschen die Beschreibungen. Dann haben wir hier die Mähnenstile und die Schweife. Ja, sind wie gesagt Weihnachten reingekommen. Und so sehen die Fohlen dann aus. Da bin ich auch sehr gespannt dann, welche ich denn dann im Game haben werde. Ich habe jetzt mich dazu entschlossen, weil es doch recht viele geworden sind. Ihr wisst ja, Escalated Quickly bei mir immer. Da muss ich dann auch wirklich aussortieren. Das werde ich aber erst machen, wenn die Fohlen gekommen sind. Ich habe jetzt soweit alle Stuten durchgedeckt, glaube ich. Und muss dann einfach erst mal abwarten. Vielleicht behalte ich dann die Fohlen und die Stuten gehen weg. Das ist ja so das, was am besten bei mir ist. Rein vom Westernwert her auch. Da sind viele Stuten bei. Aber auch der tolle Hengst hier. I Depple Rose Grey mit 532 in Western. Er hier, der ist sogar heute genutzt worden. Auch gut. Western 530, der wird auch schon mal genommen. Dann hier sind hier noch mal ein paar Stuten. Also auch wunderschöne Farben dabei. Das Silver Suity Bugskin mag ich auch total gerne. Dann haben wir hier die zweite Seite. Da sind auch ganz tolle Farben. Wir haben viel Palomino dabei. Liver Chestnut aber auch. Dann habe ich hier eine Silver Bay Stute mit einem Badger Face. Auch interessant. Dann habe ich die noch dazu bekommen. Depple Grey Overo Stute. Na komm, mach mal größer. Will er nicht. Dann ziehe ich euch die mal so ein bisschen größer. Dann kann ich euch die gleich mal zeigen. Während wir uns hier die dritte Seite anschauen, dann scrolle ich da so ein bisschen rum. Wenn euch das ein bisschen zu schnell ist, müsst ihr halt gleich mal ein bisschen stoppen, das Video. Auf Inie, da bin ich auch ganz stolz, dass ich den gezogen habe hier im Port. Ein Smoky Black Tobiano. Auch die Farbe Sea Bay finde ich richtig schön. Das Depple Rose Grey gibt es auch in allen Variationen. Am liebsten finde ich aber, also ist mir jetzt diese Variation, also die so ein bisschen dieses, ja ein bisschen mehr orangig ist vom Fell her und ein bisschen deutlicher halt eben dann auch ist. Ja, und dann haben wir das noch. Da habe ich ein Wet Done gezogen mit Badger Face. Auch nicht schlecht. Ja, hier ist nochmal ein Black mit schwarz-orange-roter Mähne. Flex & Chestnut, Perlino, Dark Devil Grey. Ihr findet alle möglichen Farben dort. Also, es ist wirklich der Wahnsinn, was man da alles finden kann. Grollo, ja, keine Ahnung. Dominant White. Wobei Dominant White eigentlich nicht ganz so meins ist, aber naja, gut. So, jetzt wollte ich mal eben gucken. Da, da ist sie. Meine Depple Grey Overo-Stute. Und die hat 185, 126 in den Werten und 477 Western. Also die ist schon gar nicht mal so schlecht. Und da bin ich auf das Fohlen sehr, sehr gespannt, ob es auch so eine Schäckung kriegt oder halt eben dann irgendwas ganz anderes wird. Ja. Das muss ich nur mal eben hier einmal abwarten. Genau, da ist er. Ein wunderschöner Smoky Black Tobiano. Der ist echt hübsch. 143 und 168. Da ist jetzt der Exterieurwert etwas besser. und 459 in Western. Aber auch den habe ich schon für mich halt genutzt und ist auch so schon genutzt worden, wegen der Farbe sicherlich. Ich hoffe, er vererbt sie auch. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was dann daraus so wird. Und ja, freue mich, dass die ins Spiel gekommen sind und werde sicherlich auch noch nach weiteren Mustangs Ausschau halten. Finde ich gar nicht mal so schlecht, die Rasse. Da wird vielleicht das ein oder andere bei mir aus dem Stall noch rausgeschmissen. Muss ich echt mal gucken. Also bei den Minis, bei den Shetland Ponys, habe ich schon einiges rausgeschmissen, was jetzt so jenseits unterhalb der 700er Marke ist, weil die sind auch schon mit den Werten beim Fahren über 800 schon. Da muss man echt aufpassen, dass man überhaupt noch mitkommt. Das geht echt rasant schnell in dem Game. Na ja, ihr Lieben, berichtet mir gerne mal. Habt ihr auch Mustangs im Stall stehen? Und wenn ja, habt ihr besondere Farben? Dann schreibt das gerne rein, ob ihr auch sowas habt, mit so einem Badger-Face oder halt eben Checkung und so weiter. Bin ich sehr gespannt auf eure Antworten und lasst mir sehr gerne ein Like da. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ihr Lieben, kommt gut und gesund ins neue Jahr. Und dann habt eine schöne Zeit und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Vielen Dank.